Fünf Freunde, kurz für meine Freunde, kurz für meine Freunde, nach Provokation mit Massiv, Böse, man entschuldigt, du meintest ein Herzes lieber Mensch, der Massiv. Ja, Böse, hab ich dir auch einfach gesagt, Mann. Gegen Massiv kann man nix sagen, vor ein paar Jahren. Ja, die Sachen, die er gerappt hat, waren ein bisschen übertrieben. Aber Rap ist auch Provokation, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Verdammt nochmal, willst du aus dem Dreck ins glänzende Leben schaffen. Dass du es jetzt gesehen hast, wie herzlich dieser Mensch ist, dafür hast du ein bisschen Respekt verdient. Aber dafür, dass du die Rewe-Fiale immer noch nicht aufräumst und der Boss, der stundenlang irgendwie nach Öl suchen muss, da ist keins da. Und sonstige Sachen sind auch langsam knapp. Dafür gibt es keinen Respekt. Also räum die Rewe-Fiale das nächste Mal auf. Weil da stinnt es auch manchmal, immer schon die Regale auffüllen. Und dass du bei massiven Döner essen willst, okay, das ist eine gute Sache, unterstütze ihn mal ein bisschen. Für all diese Sachen, die du gesagt hast, kann man ja auch ein bisschen unterstützen. Auch in den vergangenen 15 Jahren oder wie lange es schon wieder her ist. Okay, meine Freunde, es ist fast wieder 500 Boss. Abonniert und like nicht, vergesst du meine Freunde. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde.